Hier geht es darum, dass wir Bomben entschärfen müssen, beziehungsweise wir müssen die Bombe irgendwie, äh, ja, also irgendeiner muss auf jeden Fall die Bombe dann zünden. Man sieht, Gary ist hier. Es gibt eine Bombe und drei Nicht-Bomben sozusagen. Und wir müssen jetzt rauskriegen, was der richtige Hebel ist. Hier ist die Bombe dran, Digger. Das Spiel kommt mies böse, ne? Kommt mies böse. Das war sie nicht. Gott sei Dank. Bro, das hat den so weggeböllert, Mann. Geile Scheiße. Ja, easy, ne? Der Typ hat auf jeden Fall... Uff. Digga, drei Bomben, einer nicht. Oh, Leute. Es gibt jetzt drei Bomben, ne? Man kann sich jetzt so wegsprengen. Oh, no. Er hat sich selber weggesprengt, ne? Jetzt ist seine Bombe. Jetzt ist er die Bombe. Jetzt kriegt er die Bombe. Alter, ich bin so erledigt, Bro. So, passt auf. Ich schalte jetzt seine Bombe rein. Und das wird jetzt sein Tod. Easy. Ciao. Ui. Nun, wie wäre es, wenn wir die Dinger ein bisschen interessanter machen? Okay, wir kriegen jetzt Items. Uuuuh. Wir haben einmal so ein Bier. Wir haben einmal einen Hammer. Was können die? Eine Bombe. Drei nicht. Der Hammer. Doppelter Schaden. Ein Hebel ohne Risiko ziehen. Er hat, glaube ich, die Bombe genommen. Nein. Ich setze den Hammer ein. Ey, ist das ein Scam, ne? Jetzt krieg ich den Doppelten. Boah. Das hat reingeschallert, Alter. Oh, Leute. Ich hab nur noch zwei Leben. Zwei Bomben. Eine normale. Okay. Das ist der normale. Das sind die Bomben. Er muss zwei Damage kriegen. GG. Ich hoffe, er prüft das Ding. Das wäre so geil, wenn er das Ding prüft. Aber wobei, das ist egal. Das ist egal. Er wird die Bombe ja nehmen. Er drückt den Schalter. Ist so dumm. What the f***? Was hat er da gemacht, Mann? Okay. Er steht 2 zu 1, Chat. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Gut. Ich nehme jetzt erst mal das Bier raus. Wir brauchen noch ein paar Items. Also. Es steht 1, 1. Okay. Okay. Easy. Nein. Er ist dran. Oh shit, ne? Oh shit, ne? Hexengebräu. Das zönte ich mir auch einmal. Wir wissen ja nicht, was passiert. Okay. Es geht weiter. Ich habe noch eine Lupe. Ich habe noch ein Bier. Drei scharfe Bomben. Zwei nicht. Bombe. Mitte ist Bombe. Mitte ist Bombe. Okay. Kippschalter. In Verbindung. Bombe. Digga, 2 Hammer. Einen Hit brauchen wir noch. Aber wenn er jetzt mit dem Hammer trifft, sind wir RIP. Wir haben zwei Bomben raus. Das heißt, eine Bombe und einer ist safe. Bitte. Ich sage die 5. Ja. Er ist RIP. Kippschalter. Auf 0. Bombe raus. Das war's, Digga. GG. Ich bin doch hier der CSGO. Global Elite. Versteht ihr? Bom. Vier Items jeder. Handschellen. Verband. Verband. Hammer. Wichtig. Drei. Nicht scharfe. Okay, alles ist cool. Ja, ey. Ganz ehrlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war knapp. Ey, viel zu viel Leben hier, ne? Passt auf. Wichtig. GG. All right. Oh-oh. Okay. Wie war's grad? Wie war's grad, Leute? Ich hab Handschelle bekommen, leider. Bitte spreng dich weg, Digga. Also, wenn die letzte safe ist, kann ich mir ja erstmal einen Verband geben. Richtig? Ja. Und ich kann mir, glaub ich, sogar noch einen Verband geben. Richtig? Ja. Gut. Da die letzte safe ist, können wir das Ding ja erstmal ganz entspannt mitnehmen. Zwei Items müssten wir jetzt bekommen. Digga. Ich hab so viele Handschellen, Bro. Kein Platz mehr. Boah, Junge. Kein Platz mehr, ne? Er hat auch super viele Handschellen. Ich muss die Handschellen jetzt erstmal reinzippen. In der Hoffnung, dass er jetzt alles abbekommt. Ich nehm den Hammer. Freunde. Wir gehen auf den Knopf. Und nehmen die goldene Mitte. Jetzt sprengen wir ihn mal schön ein rein. Oh, letzte beiden sind scharf, ne? Letzte beide sind scharf. Okay. Können wir ja... Ne, wir können das natürlich nicht machen. Wir nehmen natürlich hier wieder erstmal den Knopf. Die letzten beiden sind Bomben. Er verbindet sich. Jetzt wird er auch die Handschellen benutzen, denke ich. Der letzte Knopf geht natürlich auf mich. Cool bleiben. Da steht 6, 5 aktuell, ne? 5, 5. 5, 5 steht's. Okay. Wir haben drei Items eben verbraucht. Das ist ganz gut. Wir kriegen noch eine zweite Lupe. Wir kriegen das Ding hier und das Ding. 50, 50. Auch nicht schlecht. Wir gucken mal, wo das Ding ist. Also, das hier ist die Bombe. Knopf. Hammer. Left side. Das ist nicht einfach mit dem. Er benutzt keine Items, ne? Aber ich krieg die ganze Zeit... Der Item Recover ist grad zu krass, Leute. Und wir kriegen natürlich auch hier wieder ein bisschen was zu mannen. Muss ich auf jeden Fall auch gleich nehmen. Wir haben 50% Chance, dass wir hier wieder was hitten. Er ist jetzt aber erstmal als erstes dran. Und er drückt mal ein auf entspannt. Okay. Einen Hebel haben wir schon mal weniger. Ich geb jetzt erstmal einen Verband rein. Das Ding ist safe. Das Ding ist safe. Ich geb ihm Handschelle. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, Chat. Ich sag, die letzte ist es. Ich sag, die letzte ist ne doppelte Explosion. Das ist ein Problem. Das ist ein dickes Problem. Okay. Wenn die letzte keine Explosion ist, dann ist die auf jeden Fall eine. Letzte ist entspannt. Brechende Lupe und vielleicht ein Hammer. Ne Lupe noch. Ja. Perfekt. Noch ne Lupe. Schade. Keine bekommen. Okay, Leute. 50-50 Chance. Aber er ist dran. Er ist jetzt dran. Er kann einen kostenlos drücken. Und könnte. Er hat so viele Handschellen. Und so viele Hammer auch. Ja. Was machen wir jetzt? Ähm. Wir nehmen die Lupe und checken es aus, ne? Das Ding ist safe. Das Ding ist safe. Okay. Ich muss ein bisschen Platz schaffen. Deswegen werde ich ihm jetzt Handschellen geben. Wir drücken jetzt erstmal auf das Ding auf entspannt. Und gucken mal, was gleich passiert. Ich nehm das hier mit, damit wir mehr Platz haben. Damit wir mehr Items kriegen. Wir brauchen Lupen halt. Damit wir einfach Platz haben. Das geht jetzt rein. Ey, das ist Müll, ne? Das ist richtig Müll, was wir gerade gekriegt haben. Drei Bomben. Eine ist nicht scharf. Okay. Er ist eigentlich dran. Ich mach jetzt Kippschalter zu ihm. Und Leute, wir haben 75% Chance, dass wir ihn jetzt hitten. Welchen würdet ihr nehmen? Eins, zwei, drei oder vier? Schreibt es rein in den Chat. Wir müssen die Bombe zu ihm leiten. Er muss in die Luft gesprengt werden. Es wird die drei. Chat! Wichtig! Jawoll. Stabil. GG in den Chat. Stabil gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben echt mies rausgezogen, ne? Drei Millionen haben wir bekommen. Drei Millionen 645.000. Die hintere Gasse? Was ist das denn? Moin, ich bringe mein Geld ins Auto. Auf und Spar. Stehen bleiben. Ich weiß, dass dieser Mann zu gut spielt und er kommt jedes Mal. Sieht so aus, als hättest du kein Problem damit, ihn zu schlagen und ich werde leicht eifersüchtig. Also, wie wäre es, wenn wir ins Spiel spielen? Ein Glücksspiel. Wenn du mich besiegst, nimmst du den Aktenkoffer und das ganze Geld. Wenn ich gewinne, naja, sagen wir einfach, dass du nicht mehr aus einem Stück hier rauskommst, wenn ich gewinne. Yo, was geht ab? Er spielt jetzt gegen Cop Denno. Ihr wisst, was passiert. Cop gegen Cop. Wir haben zwei Bomben und drei Normale. Na, mein Lieber? Das Ding ist normal. Ganz locker, Digga. Ganz locker. Der Typ meint, er packt mich. Ich bin hier der Ware-Cop. Okay, er trinkt schon mal Dose, er macht auf locker. Ah ja. Ah ja. Ich habe so dieses Gefühl, dass hier vorne eine fette Bombe drin versteckt ist. Ich werde den Kippschalter aktivieren, werde den Hammer benutzen und zünd hier rein. Drecksack! Was macht der? Ah, ah ja. Bitte noch eine Bombe. Yes! Die letzte ist safe. Die letzte ist safe. Es gab nur zwei Bomben hier drin. Also, Handschellen. Noch eine Lupe ist gut. Handschellen. Damit kriegen wir ihn auf jeden Fall ganz locker. 50-50, Leute. Also, 50-50. Ist hier die Bombe? Ne, die Bombe ist rechts. Das heißt, wir nehmen den... Wir nehmen den... Wir nehmen die Handschellen... Nein, wir nehmen den Hammer und zünden erst mal die Bombe durch. Er wird sich eh heilen gleich. Digga, da habe ich mir ja mal gerade richtig einen reingejellert, ne? Ich war gerade komplett lost im Kopf, ne? Ja, Leute, ey. Ich wollte ihn kleine Schanze lassen. Ich sage, wie es ist. Okay, zwei normale. Okay, wir gucken erst mal. Ich kriege Handschellen. Nein, er kriegt Lupe. Er guckt rein. Gut, passt auf. Ich... Erst mal mit Verband. Ich heile mich erst mal. Es steht 4-4. Alles... Alles ist okay, Leute. Alles ist okay. Wir geben ihm jetzt... Beide Runden geben wir ihn jetzt rein. Ich sage, der Kippschalter geht hier rüber. Mit Hammer. Das ist die Bombe hier. Das ist die Bombe. Sag ich. Weißt du, was ich meine? Der Experte. Wir nehmen die hier natürlich mit. Die läuft so durch. Und wir gucken mal, was der Hammer jetzt... Oh, eine Lupe und ein Hammer. Und noch ein Hammer. Boah, Digga, der Typ ist ripped, ne? Last shift. Ja, okay. Okay, wir können arbeiten. Wir können arbeiten. Was macht er als erstes? Mit der Lupe checken, was abgeht. Hoffentlich keine Bombe, sonst kriege ich einen Hammer rein. Er hat keine Bombe. Digi, du bist absolut gerippt. Leute, das war's für ihn. Der Typ ist... Der geht jetzt baden. Ich hab zu viele Hammer am Start. Okay, ich guck mal hier rein. Das muss die Bombe sein. Keine Bombe. Das heißt, die anderen beiden sind Bomben. So, das Ding zünde ich erstmal auf mich. Hammer. Kippschalter. Bombe. Und jetzt geht der RIP. GG. Erste Runde geht an. Und! Wir kriegen eine Lupe. Wir kriegen Klopapier. Wir kriegen Hexenbräu. Wir kriegen einen Hammer. Das ist gut. Checken mit der Lupe mal den hier aus. In der Mitte. Ist ne Bombe. Das ist gut, Leute. Das ist sehr gut. Wir hauen den Kippschalter um. Und geben ihm erstmal mit dem Hammer böse rein. Er hat zwei Lupen. Das ist halt für uns nicht so geil. Freunde, auf TikTok und auf YouTube. Kommt bitte auf Twitch rüber und folgt mir rein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Das ist meine Hauptplattform mittlerweile, ne? So zur Info. Er weiß ganz genau, dass da natürlich keine Bombe... Er hat den Kippschalter umgelegt. Ah, das hab ich, glaub ich, verplant. Okay. Okay. Ich heil mich erstmal. Es steht jetzt 6,5. Auf ganz chillig. Und ich drück mal die Bombe hier erstmal rein. So. Es geht weiter. Handschellen. Handschellen. Klopapier. Lupe. Ah, das ist Müll hier. Junge. Junge. Habt ihr's gesehen? Bro, der Typ hat einfach meine Items weggeschossen. Schmuggelware. Drecksack. Entweder kriegen wir oder wir kriegen nicht. Es ist nur eine Bombe da drin. Perfekt. Das andere sind keine Bomben. Das Game wird, äh, wird interessant. Jetzt läuft auf jeden Fall nicht gut. Dass der mir die Schmuggelware hier weggnallt. Junge, Junge, Junge. Kann er nicht die Handschellen nehmen? Boah, er hat mir auch die krassesten Items einfach rausgeschossen, ne? 50, 50. 2, 2. Okay, okay, okay. Ey! 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 Das Ding ist safe. Das heißt... Das Ding ist nicht safe. Und das ist auch eine Bombe hier drüben. Damit müssen wir arbeiten. Wir haben die Info auf der rechten Seite. Rechts ist keine Bombe. Links müsste eine sein. Oh, Junge, Mann. Er drückt den, ne? Und wir wissen genau, dass das hier auch eine Bombe ist. Okay, das ist gut, Leute. Das ist sehr gut. Und... Zwei Leben reingehauen. Er steht 5 zu 4. Das war gerade ein sehr, sehr kranker Play hier. Aber es kommt auch an, was er für Items gleich wieder weggedonnert. Wir brauchen unbedingt einen Hammer. Wir haben zwei Hammer zum Glück. Eine Lupe. Oh, Digga. Mach bloß das weg, ne? Und so eine Handschelle kann es von mir aus noch haben. Er drückt irgendeinen Knopf, random. Wir wissen nicht, was er weggedrückt hat. Hoffentlich finden wir jetzt die Bombe. Wir wissen es nicht. Wir gehen volles Risiko, Leute. Wir gehen volles Risiko und nehmen den Hebel in der Mitte. Yes! Das war so wichtig jetzt. Oh. Gott sei Dank. Wir brauchen den Hammer. Wir brauchen den Hammer. Bitte, nimm die Dosen, Bro. Oh, drei Bomben, Leute. Das ist für uns sehr gut. Er hat die Handschellen weggenommen, ne? Drecksack. Er hat nur Hammer. Nur Ding hier. Wir gehen da kein Risiko, obwohl wir könnten das Risiko eigentlich eingehen. Können wir machen. Eine Runde können wir easy auf seinen Nacken spielen. GG, zweite Runde erledigt. Wir haben uns wieder reingekämpft. Dieser unfaire Polizist, ne? Es geht in die finale Runde mit ihm. Hä? Ich bin immer noch ein gewöhnlicher Polizeibeamter. Jo, wer ist er denn? Was macht er jetzt mit meinen Sachen? Weiß ich nicht. Okay. Handschelle geht ran. Wenn wir Glück haben, treffen wir direkt ne Bombe. Darauf will ich hinaus. Darauf will ich hinaus, dass wir Glück haben und in Sreihe lang wo ne Bombe kommt. Jetzt können wir die Lupe nehmen und die andere Bombe ausfindig machen. Bingo. Okay, 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 okay. Er kann uns nichts anhaben. Er muss diese Runde so spielen. Okay, steht 6-4. Ruhig bleiben, cool bleiben. Wer ist der krassere Polizist von uns beiden? 6-5. Drückt den Hebel runter, wir kriegen neue Items. Hammer. Hammer. Boah, Lupe und den Hammer, ne? Das ist schon eigentlich mies wichtig jetzt hier. Eine Bombe nur drin. Es wird hart. So ein Drecksack. Was macht der? Okay, wir haben 50-50 eigentlich. Dass wir mit dem Hammer jetzt treffen. Wir haben zwei Hammer, Leute. 50-50. Wir nehmen den in der Mitte. Komm. Ja! Wichtig, Freunde. GG, let's go. Stark gespielt, Leute. Stark gespielt. Neue Runde, neues Glück. Wir bekommen eine Lupe, die wollen wir hier haben. Wir bekommen einen Hammer, den wollen wir auch hier hinnehmen. Wir bekommen noch eine Lupe, die nehmen wir mal hier rüber. Handschellen hier rüber. Und mal gucken, hoffentlich Hammer und Handschelle. Wenn er die wegmacht, wäre okay. Er geht erst dann mit einer Lupe rein. Okay. Er ist jetzt dran. Heilt sich auf vier Leben hoch. Ist aber kein Problem. Er weiß, wo die Bombe ist. Und es gibt Handschelle für mich. Ich bin da. Es gibt eine. Wir nehmen die Lupe und checken mal aus, was abgeht. Wir gehen mit dem Hammer jetzt rauf. Stopp. Können wir nicht. Wir können die Handschelle das nächste Mal benutzen. Schade eigentlich. Das ist auch nichts. Aber, Digga, der Typ wusste ja sowas von Bescheid. Okay, Handschelle hier. Hammer hier. Ja, das machen wir hier. Und das nehmen wir auch mit darüber. Hoffentlich. Boah, das wird eine eklige Runde, ne? Jo, drei Items weggeschossen. Was ist er für einer? Drecksack. Ich heil mich. Fünf zu vier steht's. Ich kann das Ding einfach nehmen. Er hat keine Lupe hier liegen. Alles ist gut. Oh, Bro, das wird hart jetzt. Das wird jetzt hart, ne? Ah, es war keine Bombe, oder? Okay, es steht fünf zu drei. Wir sind noch dran. Es wird nicht einfach. Das ist echt ein hartes Spiel gerade, ne? Er ist gefesselt. Er dürfte eigentlich gerade nichts machen. Drei Handschellen. Echt jetzt? Okay, ich drück einfach runter. Ich drück einfach runter. Ja! Er sprengt sich selber weg. Ich nehm noch so'n Dinger. Die Dosen sind grad mies OP, Leute. Die sind grad mies OP. Oh. War nichts. War nichts. Hammer. War das die einzige Bombe, die hier drinnen war? Was bringt der Hammer doppelt so viel Schaden? Dreh. Okay. Wir brauchen ne Lupe. Wir brauchen ne Lupe. Keine Lupe bekommen. Nur Club-Up hier, Digga. Echt. Das ist doch... Bro. Ich nehm den Verband. Wir haben... Leute, wir sind zu OP. Er kann wirklich nichts machen. Nehm die Handschellen. Der Kippschalter geht auf ihn. Nix. Ist das die Bombe? Ja. Oh. Nervig, ne? Nervig jetzt. Es ist die Bombe, Leute. Bin da. Okay. Es steht 4-1. Wir sind... Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Wir haben drei Hammer. Vier... Junge, was ist das? Vier Hammer? Er muss sich eigentlich jetzt selber in die Luft sprengen. Wir haben ne Dose. Ich nehm den Verband. Wir haben fünf Leben. Wir sind wieder im safen Bereich. Ich nehm die Dose. Was glaubt ihr, wo ist die Bombe nicht? Eins oder drei? Wo ist die Bombe nicht? Er muss die öffnen. Drei ist nicht die Bombe. Alright. Hoffen wir mal. Woher wusste er das denn? Oha, er macht jetzt richtig ernst. Woher wusste er das? Handschellen. Hammer. Krieg ich auch mal was anderes? Wie scheiße. Bajo, Bro. Was geht? Okay, Mann. Das wird jetzt mies stressig. Ah, danke. Danke, Bro. Vielen Dank. Der Rest sind nur Bomben. Ich kann nix tun. Ich kann nix tun. Der Rest sind nur Bomben. See, jetzt so viele Handschellen da liegen. So viele Hammer da liegen, Leute. Was soll man machen? Ey, das kann sein, dass für mich jetzt gone ist, ne? Der Typ ist einfach zu krass unterwegs. Er nimmt natürlich jetzt die Handschelle und den Hammer. Bro. Oh, was soll ich tun, Mann? Yo, what the f- Ich krieg nur Hammer, Digger. Nur Hammer und Handschellen. Bitte! Ja! Ja!